Im Gemeindegebiet von Kirchschlag, beim Haslbach, wir sind da zu einem Einsatz gerufen worden, es ist Dieselöl aus einem Tank ausgetreten und wir haben jetzt versucht mit Ölsperren am Bach das ausgetretene Dieselöl wieder zu bänden. Das ist der KDO, kommt pro Daufe mit dem Jobbehandel erfordert und mit Gemeindefahrzeuge aus, das hilft uns auch schon einmal mit. Das ist vorerst genug. Das ist der KDO, das ist der KDO, das ist der KDO. Das heißt, dass der KDO, das ist der KDO, das ist der KDO. Das ist der KDO, das ist der KDO, der Kdo, der KDO. Das ist der KDO. Ja, das ist so gut. Die Einsatzleistung hat sich die Frage mit der Beleuchtung schon geklärt, oder? Lfk, dann Strasse, dass wir dann hauptsächlich sind. Kannst du da einmal im Lfb, oben am Osten ist ein Gulli, da gehört der Dücke aus, da gehört ein wenig abgesperrt und beleuchtet. Die Folgen können sich da nicht so leicht abbezahlen. Ja, nicht so leicht abbezahlen, oder? Ja, da geht er langer raus. Ja, ich geh da raus, aber ich weiß, wie wir hinten arbeiten. Gar nichts, gar nichts. Aber er wollte ja spielen. Das hat sich jetzt wieder fällt. Ja, dann kommt Null. Die letzte Stunde ist ein Kübel gestanden. Die Einsatzleiter und Kirchschlag verstanden. Warten auf weitere Befehle. Wir haben da nicht angekommen. Sie haben wir uns an, aber ich habe das verstanden. Nein, da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017